Krampusse sind auch nur Menschen und die sind natürlich ziemlich verspannt nach so einem langen Lauf und wir haben Jasmin Rituper gefragt. Sie ist Yoga-Lehrerin und sie hat unseren Krampus entspannt. Wie? Das seht ihr jetzt. Jetzt werden wir einen Besonderfluss machen. Da werben wir unsere Atmung zugleich mit der Bewegung zusammen auf und erzeugen eine innere Hitze. Die kannst du sicher brauchen. Jetzt ist die Kuh hinausschauen und die Katze ist der Puppel. Und Frau in die Legeschnittsposition. Und jetzt ganz langsam zum Boden senken. Krampus, bist du mit mir? Das ist der Baum. Sehr gut. Für Balance und Stärke. Deine linken Zehen. Ja. Noch mehr. Ich sehe sie am Durchsicht durch dein Fell. Und jetzt beugst du das linke Bein. Die Arme öffnen sich. Und du bist im Krieger. Warrior number 2. So, je tiefer du sinkst, desto schwerer. Und jetzt schaust du noch zu mir her. Schau zu mir. Genau. Und der linke Arm kommt über dich. Sehr gut. Das bedeutet, dass du auf deiner ganzen linken Körperseite, also von deinem Fuß angefangen, bis ganz darauf. Dann drängst du es rüber. Der Arm würde dann ganz rüber gehen. Sehr gut. Und da bist du aufgestützt. Da sind wir jetzt im friedvollen Krieger. Hinter raus. Ja. Und mit dem Hintern zum Boden. Schaffen wir das? Sehr gut. Zieh deinen Oberkörper Richtung Bein hinunter. Und lass den Kopf lockerer. Dadurch, dass du natürlich so viel Gewicht an deinem Kopf hast, wird sich der jetzt schön aushängen. Der Hals bekommt Raum. Super Übung für die Krampusse zum Aufwärmen. Ah. Mit Master. Und bei eins, zwei, drei, das Bein heben. Und die Arme und der Oberkörper, alles bewegt sich zugleich. Okay. So. Das ist Warrior Nummer drei. Digger Nummer drei. Ah. 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 Und jetzt gehen wir am Boden runter. Ah. 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 Er klopft ab. Ah. 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 Und sitzt aufrecht. Sehr gut. Und atmest. Ah. Ah. Was muss man beim Cooldown nach dem Krampus-Yoga beachten? G'scheit auspatschen. Ah. 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 happening. Untertitelung des ZDF, 2020